Mh, der größte Stern des Universums. Wow, cool! U-Y-Scootie ist einfach 1700 mal größer als unsere Sonne! Was ein Witz, unsere Sonne doch ist! Moment mal, was ist das denn? Ein Stern, der mit einer Kamera gefilmt wurde? Das sieht ja aus wie irgendein Leuchtball, der sich im Wasser befindet. Warte, steht in den Heiligen Schriften nicht, dass der Himmel eine sogenannte Feste ist und sich darüber Wasser befindet? Du willst mir sagen, dass diese Aufnahme echt ist? Hey, Nickel, ich habe keine Ahnung, ob die Aufnahme echt ist. Das würde doch dann alles gar keinen Sinn ergeben. Ja, aber philosophieren wird doch wohl noch erlaubt sein. Natürlich, Nickel, jedoch macht es wissenschaftlich gesehen absolut gar keinen Sinn, wenn das wirklich ein Stern ist. Ich meine, dann wäre ja alles, was wir zu wissen glaubten, nichts als heiße Luft. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, Nickel. Ja, ich schon! Nickel, ey! Ich hole mir die Kohle mit dem Ballermann und baller mir die vollste Dröhnung.